Mein Name ist Bianca Krenn, Bauart bei Seisenbacher. Ich bin 25 Jahre alt, befinde mich in einer Beziehung und bin vom Büro her Buchhalterin bzw. Lohnverrechnerin bei einem Steuerberater. Warum Finish Line Team 0.20? Aufmerksam gemacht worden bin ich auf das Ganze durch die Dilli. Ich habe mir einfach gedacht, das ist eine richtig geile Chance und das, was die Niederösterreicher kennen, kennen die Kärntner schon dann. Meine Erwartungen an das Ganze sind, mich selbst an meine Grenzen zu bringen und das Ganze mit dem Team gemeinsam zu meistern. Ganz nach dem Motto, was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker.